In Stralsund, da hat es ja offenbar eine Panne gegeben, Mitarbeiter eines Pflegeheims, die haben da offenbar die fünffache Dosis bekommen, weil die Ärzte da wohl übersehen haben, dass auf der Ampulle mehrfach Dosis stand. Wie gefährlich könnte das jetzt möglicherweise für die Betroffenen sein? Ich würde da jetzt kein so großes Problem sehen. Es ist zwar unangenehm, aber es ist natürlich schon ein Zeichen dafür, dass die Impfung dann auch wirkt. Durchgeimpft, durchgeimpft, durchgeimpft.